Wuhu! Ach Gotti! Was machst du hier? Wie geht's doch? Gut, und ihr? Wie immer, recht gut. Eigentlich so. Was soll das hier wieder? Du sollst mal Zeitböller bauen. Oder Zeitvulkan, besser gesagt. Also, wie ich sehe, hast du ja schon schöne Vulkane aus dem Kick. Und Wurzbordgarzen aus dem Kick. Woher weißt du das nur? Stalker. Also, so und ja, das ist übelst einfach, was ich jetzt hier so mache. Ja, ich fang mal an. Also, hier, ein Vulkan heißt. So. Und man halt entwickelt eine Wurmerkerze um den Vulkan und dann zur Zündschnur. Und die Zündschnur stört man dann drum, die Wurmerkerze, so dass es hält. So und dass sie sich beide auch berühren. Sonst geht's nicht. So, ich mach das schnell nochmal fest hier. So. So, jetzt haben wir's gleich. So, jetzt haben wir's. So, jetzt haben wir's. So, jetzt ist es. Es ist halt richtig einfach. Und man kann das ganz einfach selber nachbauen. So. So, gut. Hier, ich geh wieder, gell? Ah, ich geh wieder. Kannst mitnehmen. Weißt du noch, gell? So, das behält sich hin. Oh, ja. Wir ruster jetzt endlich. Ja. Ja, ja, ja. Ich komm jetzt, ich geh gut. Ja, ja, ja. Ja, ja.